Es ist immer wieder ein Running-Gag, der natürlich immer wieder gerne kommt, weil Sebastian und ich ja da beide irgendwie runtergeguckt haben, um zu gucken, welcher Name das jetzt war. Das war eine wirklich kuriose Szene. Ist mir in den ganzen 20 Jahren, sagen wir mal 20 Jahre, nie passiert. Ich war auch, ich habe da echt ein bisschen zu kämpfen mit gehabt. Also für mich selber auch, weil das darf natürlich nicht passieren. Und da habe ich tatsächlich auch so ein paar Tage gebraucht. Ich war froh, dass ich das Spiel richtig rübergebracht habe danach noch, weil sowas hängt natürlich auch im Kopf. Das kann doch nicht wahr sein, dass du das nicht gesehen hast. Also der hat den halt am Trikot gezogen. Ich war sicher, dass der zu Boden geht und habe da nicht mehr hochgeguckt. Dann hat auch irgendwie, glaube auch in der Ablaufregie, haben sich die Jungs gefragt, hey, hat der jetzt mehr gesehen als wir? War das jetzt gar kein Touchdown? Das hat ein bisschen wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe danach, mein Sohn war ja bei mir in San Francisco und dann bin ich mit dem irgendwie danach noch zum Lake Tahoe gefahren und als ich dann da irgendwann morgens aufgewacht habe und die Sonne hat geschienen und mein Sohn lag neben mir im Bett, in dem anderen Bett, habe ich so gedacht, okay, jetzt kannst du es mal abhaken, weil es gibt schon noch andere Sachen im Leben. Aber ich hoffe, dass mir das nie wieder passiert, weil da gehen mal schon ein bisschen Häme und Sport, aber völlig zu Recht.